Ich gucke darüber abgefuckt, er fühlt sich hintergangen, weil ich da auf dem Chefparkplatz geparkt habe, da wo er sonst immer chillt. So, weißt du jetzt noch genug kurz? Er hat von Bahamas eben gesagt, dass ich ein Arschloch bin. Hat er? Oh ja, Mensch. Ich komme vorbei. Das war's. Klicker will jetzt Brian zur Sau machen, aber übelst. Kommst du mit? Yes! Ja, natürlich! Viel Spaß! Ja, 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 das ist die Fall. Brian hat ihm hier von Bahamas wohl als Arschloch bezeichnet, das hat er mitbekommen. Was? Brian hat Knicker als Arschloch bezeichnet? Jetzt rausklinger das. Das ist doch die Kündigung. Let's go! Yo!